So ihr Lieben und Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Mad Father! Wir haben es ja letztes Mal durch dieses Scheiß Loch hinter diesem Scheiß Bett geschafft. Puppen sind unbremlich. Die Puppe kann reden. Die Puppe kann reden. Du musst mich nicht wegnehmen. Du wirst nicht weg. Warum bist du in mein Weg? Du wirst nicht weg. Er... Du musst den Drollen, wenn du den Drollen wirst. Du wirst den Drollen sehr gut und den Drollen in den Drollen sehr gut. Drollen 2. Und dann... Bam goes the invisible barrier around the door. Stopp! Hehehehe Mein Handy ... Yono Do you believe that Brad ... Got creepy dog kann ich sie nicht in stücke links dann gut dann nehme ich sie mal nicht aber was soll ich damit machen das ist die frage ich speichere es mal nicht da und nicht gut da sind und die tür ist auf einmal auf eine katze die kaltes geld lecker eine tote katze das ist doch ein doch nicht ich werde mich angegriffen das los ich sterbe ja gut feier dort ist nicht tot du hast es geschafft es war das gerade wirklich naja ich gehe wieder zurück aber wir können von den steinen angehen da heute euer geht er ist ein ding der er geht zurück geht zurück eier bleibt das war eine verdammt diese pappe gut dass ist es ja ja ich wollte auch nur gucken Willst du einen Popper? Oh, hier kann ich mich wieder verstecken. Weiter gehts. Was ist das? It's hard to see but it looks like a doll Okay. Nein! 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 Nein, nein, nicht töten! Nur nicht töten! Nur nicht töten! Nur nicht töten! Los, Puppe, geh schneller! Geht allein, los! Nein, nein, nicht töten! Nur nicht töten! Ah, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Die Puppen sind böse! Ich mag keine Puppen! Das ist vielleicht keine schlaue Idee gewesen. Hast du das Gefühl? Ich glaub, ich muss da nämlich noch durch. Das sehen wir dann ja gleich, wenn ich da durch muss und nicht durchkommen. Lauf, Eier, lauf! Klick! Kommt die hier hoch? Kommt die hier hoch? Gut, jetzt kommt sie hier nicht hoch. Okay. Okay. Ich bin gar nicht da. Nein. Oh Gott, da ist noch eine. Ich muss jetzt gucken, wo die lang geht. Ich komm da gar nicht durch. Ich muss warten, bis die hier oben ist. Okay. 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 Nein! Es war ja so. Oh, ich komm doch durch. Nein! Nein! Hä? Hä? Did it not see? Maybe it's at our bed. Oh! What are you doing? Englisch schlecht. Why do you wanna help her so bad? Save her and we won't be able to go back to normal. Why not drag everybody here? That's way more fun. Ja! Stop! Wer war da denn? Hm? Oh! Ja, mein Knochen. Ja, ja. Contains the mountains. Hallo? There's a knife in her chest. Ja, mein Knochen. Ja, mein Knochen. Ach, das ist die eine. I just wanted to be part of your family. Awww. It's not moving at all. It's locked. Ja. Ach, Entschuldigung. Ich komm ich da näher ran. Gut, das geht nicht. Ich will auch gar nicht unbedingt wissen, was da drin ist. Geh wir hier lang weiter. Ach, da ist doch was leuchtendes. Ist das wieder ein Gem, oder? Ja. There is a key. Something's coming. Oh no. The key. Ein Hundi. Das ist unser Schlüssel. Kann ich für was machen? Der Hund hat unseren Schlüssel gegessen. Böser Hund. Hm. The key is gone. Hm. Ja. Toll. Böser Hund. Nein. Nein, 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 nein. 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 Jolo. Ich hab an so einer Sch... Ich hab an einer Kackstelle gespeichert. Okay. Und jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Richtig geile Stelle. Ich hab grad so gespeichert gewesen, ja. Komm, das Ding hat sich bewegt. Kann ich das aufschneiden oder so? Schneid's auf? Schneid's auf? Schneid's halt nicht auf. Oh Gott. Geh wir... ...zurück? Wollen wir zurückgehen? Zurück hier möchte ich auch nicht unbedingt die Puppen sind. So. Und ich glaub, das bringt uns nicht viel. Hm. Mal gucken. Vielleicht muss ich hier irgendwas machen. Das Ding hier hin gucken. Ich werde einfach bis es hier... Bis da ist und dann wieder ein Blick und dann renne ich die Treppe hoch. Okay, gut. Das hat schon mal geklappt. Hm? Ich benutze es einfach mal. Was haben wir jetzt gemacht? Oh ja. Oh ja. Scheiße. Oh ja, nein. Oh. Ich hab vergessen, dass das... Entschuldigung. Oh Gott. Renn doch! Jetzt aber. Und jetzt da speichern, wo das Ding uns nicht schon sofort gesehen hat. Hm. I don't think I can reach... I wouldn't like? I could use this thing. Ich glaub wir machen's lieber nicht nochmal. Oh ja, mein Kameradings-Akku gleich leer. Nein! Nein, nein, nein! Ich wollt so... Aggressivität ist nicht gut. Boah. Komm schon, Eier! Du schaust das! Ich will doch nur zur Tür. Fick dich Tür! Das ist ne böse Tür. Das ist ne böse Tür. Aber was will die damit versuchen? Mann, im Ernst. Ich versuch's nochmal, aber wir fallen wahrscheinlich eh wieder runter und sterben. Ja. Ist doch klar. Mal gucken. Ich glaub ja nicht, aber... Hm. Jetzt, wo das Ding kommt, schade. Mann, Eier! Und mein Akku ist gleich leer. Ich versuch's jetzt noch... Noch einmal. Dann mach ich Schluss. Hm. Vielleicht... Das could work as a raid. Da war schon wieder das Fenster. Es kam die ganze Zeit zu. Und ich komm... Auf die Idee, sowas zu machen. Schön. Ich glaub, das war zu früh. Okay. Ich mach jetzt hier einen Cut und muss eben meinen Akku anschließen. Ja. Ich hoffe, euch hat der Part so weit gefallen. Aber grad... Das war jetzt grad so schon so... Fick dich. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Part von Let's Play Mad Father. dr Untertitelung des ZDF, 2020